Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es den ersten richtigen Teaser zur Season 2, den Epic Games jetzt auf dem Twitter-Account gepostet hat. Ist auf jeden Fall extrem interessant, was man darin erkennen kann. Zusätzlich gibt es natürlich viele, viele weitere News noch zur neuen Season, die jetzt über Nacht gekommen sind. Ich denke mal, morgen wird dann auch wahrscheinlich noch ein Video zum gleichen Thema folgen mit noch mehr News. Mittwoch kann ich dann leider keine Videos mehr machen, weil ich dann im Urlaub bin. Wenn euch natürlich hier der Kanal gefällt und ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Und ihr könnt natürlich auch gerne, wenn euch dieses Video gefällt, das Video teilen, kommentieren und bewerten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Vergoldung von der Insel hier von Oak Island. Und gestern wurde ja hier das Sofa, der Fernseher und hier drin die Toilette vergoldet. Und jetzt sind die nächsten Sachen hier drin auch vergoldet. Und zwar hier unten im Büro. Einmal der Stuhl, dann hier der Aktenschrank und dann hier der Drucker. Ich denke mal, morgen wird es dann eben halt wieder um 15 Uhr die nächste Vergoldung geben. Allerdings ist das erstmal das Uninteressanteste, würde ich sagen. Neben dem sind nämlich auch weitere Bilder bzw. weitere Poster im Real Life aufgetaucht zu diesem Event. Da haben wir beispielsweise einmal hier, glaube ich ist das in Spanien, in Madrid müsste das glaube ich sein, hier auch eine neue Telefonnummer. Denn jedes Land hat eine eigene Telefonnummer und man hat eben als so auch immer unterschiedliche Nachrichten. Dazu kommen wir nochmal gleich. Dann wurde hier in einem anderen Land auch nochmal neue Poster gesichtet. Und auch hier in dem Land neue Poster mit neuen Nummern, die da draufstehen. Und jetzt habe ich meine kleine Übersichtskarte so von allen Nummern, die bisher gesichtet wurden. Sind mittlerweile nochmal mehr. Die kommen wirklich extrem schnell hintereinander. Hier sind zumindest ein paar aufgelistet. Seht ziemlich viele verschiedene, die es hier gibt. Und da haben wir zum Beispiel einmal die Message. Ich glaube, das war die erste. Hier, yes sir, die Agenten wurden gerufen. Die Karte zum Zugriff des Saves wurde gekauft. Ich glaube, das war die in Brasilien da. Dann die zweite. Ich glaube, die müsste in den USA sein. Das Agenten-Recruitment läuft jetzt. Das fröhliche Suchen der Agenten. Und jetzt das Allerspannendste an dieser Nachricht. Agenten, die Ölplattform-Operation ist auch am Laufen. Und wenn wir jetzt mal hier in die Map gehen, dann sehen wir ja, dass an den ganzen Rändern hier, also beispielsweise da oben bei Sweaty Sands der ganze Bereich frei ist. Hier unten unter Slurpy Swamp ist auch gar nichts. Und die Ölplattformen, ich meine, auch wenn Missionen manchmal einen strange Namen haben von Agenten, hat das meistens immer noch etwas mit dem Ort zu tun. Deshalb wäre es jetzt relativ schlüssig, wenn einfach eine neue POI reinkommt, also ein neuer Ort, den man besuchen kann. Und wenn wir zum Beispiel gerade hier unten die Ecke bei Slurpy Swamp oder oben bei Sweaty Sands die Ecke haben, wenn da einfach noch eine Ölplattform drin wäre mit ein bisschen Loot, was man auch außerhalb der richtigen Map hat, Letztes Season ging es ja nicht, beziehungsweise letztes Chapter, weil man da ja direkt gestorben ist, wenn man ins Wasser außerhalb der Karte gegangen ist. Mittlerweile geht das ja aber. Und wenn dann unten an der Ölplattform ein paar Boote stehen, womit man dann rüber kann auf die andere Seite, wäre das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante POI. Wäre auf jeden Fall extrem nice. Wie gesagt, es ist alles einfach nur Vermutung. Da kann auch überhaupt nichts hinterstecken, wobei ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Und dann gehen wir nochmal weiter durch die ganzen Messages. Und dann während des ID-Scannens wurde der Zugriff verweigert und die Agentenkommunikation wurde interrupted, also gestört. Das heißt, sie haben da irgendetwas versucht zu machen und dann wurde es immer gestört. Die Operation wurde damit gefailt. Dann als nächstes haben wir noch einmal das Gleiche. Ja genau, das ist das Gleiche wie hier oben. Die Nummer, es kann auch sein, dass es im Gleichen ist. Das ist ja einmal hier California und dann hier unten die Plus 61. Das ist Melbourne. ist zwar nicht genau der gleiche Ort, aber haben auf jeden Fall genau den gleichen Text. Dann haben wir noch als nächstes versteckte Plätze, versteckte Orte wurden gefunden. Dann Traces wurden gefunden in der Agent E-Region. Agent E hat glaube ich, oder ihr, das soll irgendetwas mit dem Aug Island zu tun haben. Ich meine, wenn man das auf Englisch macht, dann heißt es ja I-Island und, oder ich glaube es heißt nur I und dann Land. Und das würde ja auch passen mit I als Anfangsbuchstaben. Das heißt, das ist irgendwie die Missione hiervon. Und die, ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Auf jeden Fall irgendeine Zeit ist vorbei. Und hier Agent E könnte zum einen der Oro-Skin sein, der ja hier definitiv auf der Insel sein muss. Wobei ich das eher nicht glaube. Ich denke eher, dass das irgendeine der Agenten ist, die hier eben halt den Oro-Skin beobachten, die hier das Ganze im Auge halten. Und zusätzlich zur Öl-Plattform haben wir ja auch einen Skin, der etwas mit Öl zu tun hat, in dieser Season gehabt. Ganz am Anfang ist schon mehrere Monate her, aber ich glaube, es müsste irgendwie Oktober, November gewesen sein. Mit dem letzten Abrechnung-Paket kam ja ein Skin rein, auch so ein Agenten-Skin, der eben halt als Kopf komplett in Öl war. Der könnte natürlich auch etwas sehr gut mit dieser ganzen Mission zu tun haben. und vielleicht ist er ja einer der Leiter einer Operation und der macht dann eben halt die Operation Öl-Plattform. Könnte auf jeden Fall ganz gut etwas damit zusammen zu tun haben. Merkt auf jeden Fall, das Thema ist safe. Irgendetwas mit Gold, irgendetwas mit Agenten. Und das Ganze handelt sich eben halt einmal definitiv um Oak Island, beziehungsweise Island. Und dann hier um den Bunker, der ja auch Bunker zensiert heißt. Und das war ja auch, damit konnte zu am Anfang der Season niemand was anfangen. Aber wenn man das so mittlerweile betrachtet, wo wirklich alles immer zensiert wird, wir hatten ja auch diesen Ankündigungspost von Epic Games, wo dann auch etwas zensiert wurde. Das hat ja alles etwas damit zu tun. Das heißt, der Bunker hat auf jeden Fall oder spielt eine große Rolle dabei. Ist wahrscheinlich der Stützpunkt von der ganzen Operation. Dann gab es jetzt auch noch eine weitere Nachricht aus Spanien. Und dabei war die Nachricht, Spektrum-Agenten abgefangen. Die Kommunikation der Agentur wurde beeinträchtigt. Und das heißt auch nochmal so einfach, es wurde etwas gestört. Zusätzlich dazu gab es auch noch in einem anderen Land, dass irgendeine Operation gescheitert ist. Und die eben halt, oder dass irgendein Agent wieder zurück zum Bunker kommen soll. Bunker ist wahrscheinlich auch wieder der gemeint. Und ich hatte ja gestern im Video schon dazu gesprochen, dass der vielleicht zur nächsten Season geöffnet wird. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Jetzt kommen wir allerdings zu den News, die wirklich jetzt komplett frisch sind. Um 16 Uhr kam der Teaser. Morgen wird er wahrscheinlich auch wieder um 16 Uhr kommen. Und ich werde euch natürlich auch alle Informationen dazu liefern. Und der Teaser sieht so aus. Transmission Intercepted heißt das Ganze. Dann haben wir hier wieder ein bisschen zensiertes. Und natürlich ein Bild ist eigentlich relativ unspektakulär. Sagt nicht viel aus. Steht eben halt nur wieder Transmission Intercepted drauf. Und ein bisschen einfacher Artwork drauf. Hier das Datum, wann die neue Season startet. 20.02.2020. Ist auch ein extrem nices Datum, by the way. Und dann haben wir hier eben halt so einen Handabdruck. Auch wieder alles natürlich in Gold. Ist klar, ne? Und dann sieht das Ganze eben halt so ein bisschen aus, wie so in Superheldenfilme, wo man irgend so einen roten Knopf hat, der dann in der Mitte wäre, wo jetzt eben mal die Hand drauf ist. Dass das sozusagen vielleicht der Fingerabdruck ist. Und das dann irgendetwas auslöst sozusagen die Keycard. So ein bisschen, dass es irgendetwas mit einem Auslöser zu tun hat. Und wir haben dann eben halt hier noch den Text, der oben in der Zeile hier 8 Zeichen hat. Kann man ganz gut abzählen. Dann haben wir hier 4 Zeichen. Hier auch 4 Zeichen. Und da nochmal 4 Zeichen. Und 2 Gleichheitszeichen. Das heißt, das muss irgendetwas mit dem wahrscheinlich zu tun haben. Hier oben könnte der Titel der neuen Season drin stehen. Der wurde nämlich, glaube ich, auf der Epic Games Seite gezeigt. Wo jetzt auch die Battle Pass Rubrik hier, wenn man normalerweise, guckt man ja meist nur unter Neuigkeiten, aber wenn man vorne auf Battle Pass geht, steht jetzt hier nur noch das. Im Prinzip ein Teil des Teaserbildes und dann eben halt hier irgendetwas. Und im Quellcode steht, glaube ich, irgendwo etwas mit Takeover. Das könnte natürlich sehr gut der Titel der neuen Season sein. Passt auch. Takeover hat 8 Buchstaben. Würde also genau hier oben reinpassen. Nur die Frage ist eben halt, was in diesen ganzen Lücken steht. Das ist sehr, sehr schwierig herauszufinden. Und vielleicht werden wir ja morgen im Teaser etwas weiter zu der Entschlüsselung dieses Textes haben. Dass vielleicht das hier auch eigentlich, ja, auszensiert wurde. Und im Prinzip bekommen wir dann irgendwie morgen diesen Stück des Textes. Und dann bekommen wir noch den. Und dann zum Season Start bekommen wir noch vielleicht das hier. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das waren dann auch, glaube ich, erst mal soweit die Informationen, die bisher bekannt sind. Ich hoffe, es hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr irgendwelche Meinungen zu meinen Theorien habt, wenn ihr eigene Theorien habt, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Macht wieder gerade richtig viel Spaß mit einfach so viel Fortnite-Content. Schreibt natürlich auch gerne Video-Ideen außerhalb von Fortnite in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.